Was ist die Bühne für die Bühne? Ich wollte den Bienen eine natürliche Wohnung bauen, die ähnlich wie ein hohler Baum ist, eine Baumhülle, aber wo man jetzt kein schweres Gerät zum Beispiel braucht, um Bäume auszuhüllen, keine gefährliche, schwere Arbeit hat. Und da ich ein Holzbieger bin, habe ich mir überlegt, das Ganze aus dünnen Holzreifen zu bauen, wo innen und außen einer ist, und dazwischen eine dicke Schilfschicht zu machen. Das Ganze hat den Vorteil, dass es sehr leicht ist. Das Schilf ist ein sehr ökologischer Baustoff, wächst auf ein Jahr nach und isoliert sehr gut gegenüber Holz. 2,6 mal so gut wie Holz. Die Bienen erhalten somit sehr gutes Wohnklima, Raumklima, da es nicht zu feucht wird, sich kein Schimmel bildet, die Bienen somit gesund hält. 3,6 mal so gut wie Holz das Fellbüchen in der Mitte